Wie wir sehen, liebe Zuschauer, der November kann auch ruppig. Mit dem unangenehmen Wind und einem Tief, was ich gleich zeigen werde, ist der Winter ganz schön weit runtergekommen, wie man hier schön sehen kann. Doch ziemlich tief verschneit am Herzog stand mit Blick noch auf die grünen Ebenen rund um den Kochelsee. Und wenn wir jetzt mal im Schnelldurchlauf schauen, was sich so abgespielt hat, da gab es einen Schneeschauer, dann den nächsten Schneeschauer, man sieht sogar kurz die Flocken im Schnappschuss und dann nochmal einer. Aber für ganz runter Schnee und weiße Wiesen hat es dann doch nicht gereicht, weil die Temperaturen einige Grad im Plus waren. Und das heißt, der Winter bleibt noch ein bisschen weiter oben. Ist ja auch in Ordnung. Wir haben ja offiziell auf dem Kalender noch Herbst. Die Großwetterlage ist ein bisschen im Schneckentempo unterwegs, wie man auf dem Strömungsfilm sehen kann. Denn hier dreht sich immer noch unser Tief. Julia, inzwischen ist es über dem Alpenraum angekommen. Und das ist halt voll mit kalter Luft, wie man an den blauen Pfeilen sehen kann. Und diese feuchtkalte Luft, die ist so schnell nicht zu vertreiben. Auch nicht aus dem Freistaat. Das sieht man auch hier recht schön im Regen- und Schneevorschaufilm. Dieser Batzen, der da um das Tief wandert, mit Schauern durchsetzt und die haben auch Schnee und Graupel bis in die Niederungen dabei, der zieht sich als allerletztes aus dem Freistaat nach Südosten zurück. Dementsprechend wird es natürlich auch ziemlich ungemütlich. Der Wind lässt zwar nach, aber die Wolken überwiegen. Mit allem, was es gibt zwischen Regen, Schnee, Regen, Graupel und Schneeschauern am ehesten ein bisschen freundlicher, denke ich, wird es dann Richtung Allgäu und Bodensee werden. Aber so richtig schön kann man das dann auch noch nicht nennen. Auch in Oberbayern sind wir mal optimistisch. Zeigt sich die Sonne zwischen den Wolken und den Schauern wenigstens ab und zu. Aber wie gesagt, ohne Schirm länger draußen zu bleiben, ist schon ein großes Risiko. Da kommt, wie gesagt, von flüssig bis fest, also zwischen Regen und Schnee oder Graupel, alles immer wieder mal vom Himmel. Und da kann natürlich in Schauernähe auch der Wind wieder kräftig auffrischen. In der Früh um München herum heißt es trotzdem aufgepasst, wenn die Temperaturen knapp über 0 Grad sind und kein Schnee liegt. Aber es kann trotzdem ein bisschen rutschig werden. Und dann das ähnliche Temperaturgefüge über Mittag und Nachmittag hier so vier, fünf, sechs Grad mit ein paar Schauern. Das ist einfach im Augenblick das Niveau und das wird sich, auch wenn sich die Lage dann zum Wochenwechsel, hier hinter mir sieht man es, langsam bessert.